hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute hier auf die 18 ticket und heute habe ich das spiel star trek fleet command ich werde das spiel mal starten und voll mit drei machen und dann müsste es auch gleich losgehen und kommt noch ein update nein ich glaube nicht geht gleich los da es hat sich schon was geändert da ist wer ist der captain kirk ich bin leider nicht so ein track ich kenne mich damit nicht so aus aber das ist ja egal wie einsammeln wie mein neues schiff was sie jetzt mal gebaut hatte das ist fettig Ok, offiziere. Rekrutieren. Ansehen. Einmal überspringen. Fertig. Geschenke. Abholen, abholen, abholen. Fertig. Ach, ich kann wieder einen Offizier rekrutieren. Oh, 6 von 10. Eine Daily habe ich fertig. Schleichende Machtzunahme. Ok, komm später. Gebäude. Verpasst. 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 Also das kann ich machen. Und das kann ich machen. Das ging nicht. Forschung. Das geht. Verpasst. Ok, dann. Hier ist was rotes. Und dann werde ich mir sagen. Ich werde sagen. Wo sind wir? Das werde ich sagen. Wo sind wir? Gab sich hier einen Knopf zurück zur Basis? Ah, Heimat. Da sind wir. Schiff A und Schiff B sind hier. Gut. Und wir sind hier oben in der Ecke. Hier. Und wir brauchen was zum Ernten. Dann nehmen wir doch den hier. Ok, der eine arbeitet. Das ist gut. Jetzt müssen wir mit den anderen die Queste machen. Missionen. Wir haben einmal die hier. Wir suchen eine Probe. Wir nehmen die kleinste. Hier ist neun. Acht. Acht ist noch kleiner. Aber wir sind hier erstmal acht geworden. Versetzung. Erkunden einen anderen. Ok. Das wäre dann dies hier. Oder? Oder dies? Oder dies? Ich glaube dies. Ich schaue nochmal nach. Wir haben den 8 da genommen. Den können wir erstmal favorisieren. Ist ja ganz oben. Musst du nicht immer suchen. Der Kunde ein anderes mögliches System. Aber da steht nicht was für eins. Es gibt etliche weitere Systeme die ähnliche Chancen suchen. Okay. Suchen wir ein anderes. Hat er da gleich die Questes. Ich denke mir. Fahren wir lieber da hin. Fahren oder fliegen. Ich bin gespannt auf das System. Wie sieht das aus? Bestimmt überall Planeten. Oh. Unser Schiff ist schon hier. Ich habe sonst noch was ich machen könnte. Das neue Schiff könnte ich mir nochmal gleich anschauen. Und wir sind drin. Jawoll. Hier sind wir. Wo ist jetzt die Quest? Wir suchen die Quest. Wo ist die? Ach hier ist die. Lass. Fliege da hin. Warte mal. Der sollte doch farmen. Warum müssen wir jetzt hier? Ach ich habe den Flieger nicht angeklickt. Das gibt's doch nicht. Ach. Okay. Los. Der Bomber dahin. Und du? Jetzt rück nach Hause. Du sollst arbeiten. Ich habe Idee. So ein Mist. Okay. Dann. Zurück. Äh. Jetzt bin ich komplett raus. Hier. Dahin. Da. System gefunden. Okay. Kehrst du deine Station zurück. Oh jo. Das mache ich gerade. So. Da war es so. Ob Ob. Und. Halt dran. Da. Und. Halt dran. Da. 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 Okay, da bleibt er stehen. Rückruf. Okay. Weiter geht's. Gut, dann haben wir die Quest schon mal fertig. Dann kommen wir. Chaos zurück zur Station. Ist ja gerade dabei. Dann kommt die hier dran. Tritranium. Wo ist ein Tritranium? Tritranium. Tritranium. Da ist meine. Base. Das war Permastahl. Ist das hier Tritranium? Hier war ich ja schon mal. Deswegen kann ich hier auch reingehen und gucken. Tritranium. Genau. Okay. Erst auf dem Weg nach Hause. Und dann muss ich den zum Tritranium schicken. Okay, Permastahl habe ich auch genug. 400.000. 9, 8, wenn du einfach nicht streitig bist. Ja, das machen wir gleich. Erstmal Tritranium. Ansicht ist angewählt. So. Das abbauen. Jetzt gehen wir auf den hier. Wir orten den. Und gehen auf die Quest. Da. Jetzt müssen wir es mal den Feind orten. Da ist er. Zwei Minuten hin. Oh, ich habe ja hier noch ein Geschenk zum abholen. Hier war ich auch noch nicht drin. Kann ich mir noch nicht anschauen. Können wir ja schon mal die nächsten Queste Warte. Warte mal. Ich habe überall den Stern eingemacht. Da mache ich jetzt. Also die roten sind schon mal alle sowieso weg. Ich möchte nur die Neuner und Aachter behalten. da ist noch ein Neuner. Da ist noch ein Neuner. Hier ist noch ein Neuner. Hier ist noch ein Neuner. Das war es. Kann ich den hin schon bauen? Ich glaube nicht. Ich habe vergessen, wie der hieß. Schwarzmarktblut. Schwarzmarktblut. Den muss ich suchen. Den Turas. 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 Ach. Ne. Ich habe erst fünf. Da fehlen noch ein paar. Egal. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Schwarzmarkt. Los. Warte. Hier ist viel. Viel zerstört in der Galaxie. Viel zerstört in der Galaxie. Besiege sieben Feinde. Musste ich eigentlich ganz locker schaffen. Ja. Oh Gott. Hm. das sind die Quäste hier da oben war noch ein 8er 9er kriege ich auch noch kaputt und bei 10er wird es ganz schön schwer deswegen probiere ich erstmal nur alle 8er zu zerstören weil ich muss ja sieben feinde zerstören das war jetzt der letzte 8er es kommen die 9er dran und da wird meine energie jetzt schneller runter gehen ein bisschen, aber das schaffe ich trotzdem ja ich kämpfe, doch und dann der letzte 9er ok Okay, heftig opereien bei den Problemen. Okay. Oh, ist die Quest jetzt Level 12 geworden? Nee, noch Level 8. Warum fahre ich, warum fliege ich dann ins 12er Gebiet rein? Ich habe Angst. Das ist die 8 fein auf Level 10. Ja, das habe ich schon gemacht. Obwohl ich Level 8 bin. Ach ne, ich bin Level 10. Okay, wir müssen... Boah, was ist denn hier alles los? Kurs. Ah, hier ist ja auch einer. Warte, ich fliege erst hier hin. Und da auch. Okay, fangen wir mit denen hier an. Immer alle Quests annehmen. Ich kann die zwar noch nicht fertig machen, ist Level 12. Aber egal. Boah, Level 15. Mein lieber Herr Gesangsfeind. Spenden wir. Wir sind nett. Wir sind ganz nett. Okay, jetzt geht's hier los. Okay, jetzt geht's hier los. Da hinfliegen. Da hinfliegen. Oh, wieder zurück. Ne, den schaffe ich nicht. Ist ja schwer. Ist ja schwer. Einfliegen. Ah, normal. Den kann ich angreifen. Da hinfliegen. Da hinfliegen. Ah, super. Schwer. Hm. Lassen wir den erstmal. Lassen wir den erstmal stehen. Dahinter war noch was. Genau. Dann nochmal eine Truhe abholen. Dann sind wir gleich schon fertig. Den da oben schaffe ich nicht, den schaffe ich auch nicht, obwohl der ist schwer. Vielleicht könnte ich den schaffen, vielleicht. Aber machen wir erstmal die drei Aufgaben. Okay. Schwer. Komm, probieren wir mal. Oh nein. Schiff ist kaputt. Ich muss jetzt ein paar Minuten warten. Dann werde ich mal sagen, ich öffne hier meine vier Truhen natürlich noch schnell. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Klick abholen. Und auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin.